Heute habe ich wieder einmal einen Audio-Leckerbissen aus dem wunderbaren Archiv des Rusch-Verlages. Sie erhalten 17 Erfolgsimpulse aus Top-Hörbüchern. Mehr ist möglich. Der Alex Rusch Podcast. Hier erhalten Sie Lernerkenntnisse, Inspiration und Ansporn in den Bereichen Marketing, Gesundheit, Erfolg und Unternehmer-Know-how. Mehr ist möglich. Hallo, hier ist Alex Rusch. Ich sitze hier in meinem Audio-Studio am schönen Halvillersee. Ich habe vorhin wieder einmal einen Blick geworfen in das grossartige Archiv des Rusch-Verlages. Und ich habe ja bereits zwei sogenannte Hörproben-CDs digitalisiert und hier präsentiert in dieser Podcast-Reihe. Und diese zwei Audios waren sehr beliebt. Und somit hier nun das dritte Audio. Es trägt den Titel 17 Erfolgsimpulse aus Top-Hörbüchern. Und ich bin sicher, Sie werden dieses Audio geniessen. Ton ab! Im Namen des Rusch-Verlages, des führenden Hörbuchverlages für die Themenbereiche Management, Verkauf und Lebenserfolg im deutschen Sprachraum, begrüße ich Sie ganz herzlich beim Audio-Programm 17 Erfolgsimpulse aus Top-Hörbüchern. Wie der Titel schon sagt, erhalten Sie hier 17 Erfolgsimpulse. Diese stammen aus den verschiedensten Bereichen des Erfolgswissens. Das macht dieses Audio-Programm sehr vielfältig und gewährleistet, dass jeder, egal welche Vorkenntnisse oder welchen Background er besitzt, zwei, drei oder auch zehn Tipps, Ideen oder Anregungen findet, die er für nutzenbringend und interessant erachten wird. Alex S. Rusch, der Verleger des Rusch-Verlages, hat diese Passagen persönlich aus Erfolgshörbüchern herausgesucht, mit dem Ziel, Ihnen zu helfen, erfolgreicher zu werden. Wahrscheinlich werden Sie so begeistert von diesem Audio-Programm sein, dass Sie dann gleich weitere Exemplare bestellen und in Ihrem Bekannten-, Kollegen- oder Kundenkreis verschenken wollen, so wie dies viele andere Kunden auch tun. Genug der Vorreden. Lassen Sie uns gleich starten. Umberto Sachsa, Autor des Bestsellers Bei Anruferfolg, hat zusammen mit seinem Junior-Partner Thomas Frey ein neues Hörbuch geschrieben mit dem Titel Einwandfrei verkaufen. Und wie Sie als Erfolgsmensch ja wissen, müssen nicht nur Verkäufer solche Einwandtechniken beherrschen, sondern jeder, der erfolgreich sein möchte. Hier nun also eine Einwandtechnik von Umberto Sachsa und Thomas Frey. Typische Aussagen der Kunden sind Alle, jeder, immer, überall, nie, erst kürzlich haben wir, bei anderen kriegen wir, nicht viel, habe noch genügend von, es war eben jemand hier, etc. Dies sind Schlagwörter, Standard-Aussagen oder Verallgemeinerungen. Manchmal lösen sich die Dinge wie von selbst, wenn du genauer wirst. Folgende Wörter helfen dir dabei. Wo, was, wie, wer genau, bei wem, mit wem, wann nicht und wann doch, wann genau, wie viel, was heißt. 18.890 Euro ist zu teuer. Welchen Teil von unserem Angebot finden Sie zu teuer? Den Transport, den Sie zusätzlich zum Produkt noch mit 1.200 Euro verrechnen, finde ich zu hoch. Was meinen Sie genau mit zu hoch? Ich bezahle nicht mehr als 900 Euro. Nur mal angenommen, ich kriege bei uns intern durch, dass wir den Transport für 900 Euro für Sie machen können. Habe ich dann Ihre Zusage zum Auftrag? Dann ja. Ich habe etwas Interessantes erlebt, als ich einem Kunden ein Seminar verkaufen wollte. Er sagte folgendes. Ich habe kein Geld. Bevor ich nun direkt auf den Einwand einging, hinterfragte ich diese Aussage. Wie meinen Sie das, kein Geld? Der Kunde sagte, letzte Woche hatte ich einen Schaden am Auto für 1.500 Euro. Das muss ich nun innerhalb der nächsten 30 Tage bezahlen. Somit kann ich frühestens in drei Monaten das Training finanzieren. Daraufhin sagte ich, das heißt, in drei Monaten ist es möglich? Der Kunde sagte, ja, dann geht es. Also sagte ich zu ihm, das Seminar vom August ist erst in fünf Monaten. Das passt in dem Fall von den Finanzen her. Ist das richtig? Einige Minuten später war der Verkauf und die Zusatzverkäufe abgeschlossen. Es hat sich gelohnt, dass ich diesen Einwand hinterfragt habe, denn so konnte ich sehr viel Zeit gewinnen. Ja, Sie sehen, bei Einwänden steckt meist noch etwas dahinter. Im ersten Fall hätte ein unsicherer Verkäufer vielleicht sofort die Flinte ins Korn geworfen oder gar einen Rabatt gewährt. Dabei ging es dem Kunden nur um die Transportkosten. Und im zweiten Fall lag das Problem lediglich bei den Zahlungsfristen. Versuchen Sie also stets, die ausgesprochenen Einwände zu hinterfragen. Normalerweise heißt es in Erfolgshörbüchern, man solle durchstarten, große Ziele verfolgen, zum Handeln kommen. Die Autorin Elaine St. James, die Begründerin der Simplify-Welle in Amerika, schlägt in ihrem Hörbuch Vereinfachen Sie Ihr Leben eine ganz andere Richtung ein. Sie ermutigt uns, unser Leben bewusster zu leben und uns von all den Dingen zu befreien, die uns belasten. Bei dem folgenden Tipp geht es um das faszinierende Thema Routine oder Autopilot, wie es Elaine St. James in diesem Zusammenhang nennt. Einer der Gründe, die es mir ermöglichten, durch mein Leben zu hetzen, war eine angeborene Fähigkeit sozusagen auf Automatik zu schalten. Ich glaube, dass das viele von uns machen. Wir sind daran gewöhnt, morgens aus dem Bett zu rollen, uns schnell zu waschen und einen Happen zu essen, während wir einen Blick in die Zeitung oder auf die Nachrichten werfen. Dann die Kinder zur Schule bringen, schnell einen Bericht für den Chef fertig schreiben, einen letzten Schluck Kaffee trinken und eilig zur Tür rausrennen, um unseren Arbeitstag zu beginnen. Ohne wirklich bewusst darüber nachzudenken. Wir fahren immer dieselbe Strecke zur Arbeit, also müssen wir darüber nicht nachdenken. Und wir beschäftigen uns auf dem Weg zur Arbeit in Gedanken mit einer Million anderer Dinge. Sorgen, Anforderungen und Verpflichtungen. Manche unserer täglichen Pflichten sind weniger automatisch als andere. Aber es gibt doch eine gewisse Vorhersagbarkeit, was eine Menge unserer Aufgaben angeht. Wir müssen meist nicht sehr viel analysieren. Wir wursteln uns so durch den Tag, damit wir ins Auto kommen und nach Hause fahren können. Alles mit Autopilot. Dann fallen wir sofort in unsere Feierabendroutine, wie auch immer die für uns aussehen mag. Abendessen automatisch. Aufräumen automatisch. Verabredungen automatisch. Fernsehen automatisch. Oft sind auch die Wochenenden die gleichen, obwohl man da die Routine ein wenig lockern kann. Aber die meisten von uns neigen dazu, die gleichen Dinge immer wieder zu machen. Woche für Woche. Natürlich ändern sich die Einzelheiten ein wenig. Auch Freizeitunternehmungen, Freunde treffen, Kino- oder Theaterbesuche und so weiter können leicht automatisch werden. Wir gehen zu denselben Orten, treffen dieselben Leute, sprechen über dieselben Themen. Es liegt ein gewisser Trost darin, unser Leben auf diese Weise zu führen. Die Welt scheint manchmal nicht vorhersehbar zu sein. Und die eingefahrenen Wege geben uns ein Gefühl von Ordnung und Kontrolle. Das ist schon richtig. Solange wir das, was wir automatisch machen, auch wirklich machen wollen. Oft stimmt das jedoch nicht. Eventuell stimmte es früher einmal. Und wir haben nicht lange genug innegehalten, um das zu erkennen. Und paradoxerweise verkompliziert unser Autopilot unser Leben. Denn nur so können wir manchmal all das erledigen, was wir glauben, erledigen zu müssen. Wir pressen in unsere Tage neue Aufgaben oder Verpflichtungen. Erledigen dort noch etwas, treffen noch eine Verabredung, ohne uns zu überlegen, ob wir wirklich Zeit haben, von unserer Lust dazu, ganz zu schweigen. Wir nehmen einen tiefen Atemzug, machen uns wieder an die Arbeit und fügen unserer Liste noch einen Punkt an. Dabei lohnt es sich, etwas Spielraum einzuplanen. Wir können uns Zeit zu einem gemütlichen Familienfrühstück nehmen oder die längere, aber schönere Strecke zur Arbeit fahren und uns daran erfreuen. Von Zeit zu Zeit mal das Tempo zu wechseln, ermöglicht es, uns daran zu gewöhnen, jeden Augenblick bewusst zu leben. Oder wenigstens einige Augenblicke mehr. Und je bewusster wir werden, desto leichter fällt es uns, die Kontrolle über unser Leben zurückzugewinnen. Dann baut sich der Prozess von allein auf. Jedes Mal, wenn wir uns der Tatsache bewusst werden, dass wir etwas tun, was wir eigentlich nicht wollen, können wir unser Programm entsprechend verändern. Allmählich können wir lernen, diese Tätigkeiten auszuschalten und das anzustreben, was uns mehr zusagt. Nun, liebe Hörerin, lieber Hörer, wie spannend ist Ihr Leben? Ist es so spannend, wie Sie es sich als Heranwachsender gewünscht hatten? Oder sind auch Sie sieben Tage die Woche in täglicher Routine gefangen? Jetzt präsentiere ich Ihnen einen Tipp aus dem Hörbuch mit dem plakativen Titel Hüte dich vor dem nackten Mann, der dir sein Hemd verkaufen will, von Harvey McKay. Es ist auch wieder ein Millionen-Bestseller. Tauchen Sie einfach auf. In 80 von 100 Fällen sind Sie ein Gewinner. Die meisten Kunden werden gewonnen, weil kein anderer Sie anspricht. Tauchen Sie zum richtigen Zeitpunkt auf. Was könnte ärgerlicher sein als ein Außendienstmitarbeiter, der nicht einmal das Erste liefert, was er versprochen hat, nämlich sich selbst? Tun Sie genau das, was Sie angekündigt haben, und zwar genau zum angekündigten Zeitpunkt. Und Sie sind in 85 von 100 Fällen ein Gewinner. Tauchen Sie zum richtigen Zeitpunkt mit einem Plan auf. Nun gut, jetzt sind Sie da. Und was jetzt? Sie müssen die Stärken und Schwächen Ihres potenziellen Kunden kennen und in der Lage sein, seine oder Ihre Einwände vorauszusehen. Informieren Sie ihn oder Sie auf klare und verständliche Weise über die Vorzüge Ihres Produkts und die Einzelheiten der Preis-, Lieferservice-Konditionen. Erwarten Sie nicht, mit vagen, improvisierten Antworten auf die Einwände Ihres potenziellen Kunden davon zu kommen. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, von denen Sie Kenntnis haben, dann reden Sie nicht um den heißen Brei herum, sondern machen Sie Ihren potenziellen Kunden von Anfang an darauf aufmerksam. Durch ehrliche und konkrete Antworten erhalten Sie Aufträge, die andere nicht bekommen würden, weil Ihre Reaktion nicht eindeutig war, auch wenn Ihre Produkte den Bedürfnissen des Kunden besser entsprechen sollten. Tun Sie das Richtige und Sie sind in 90 von 100 Fällen ein Gewinner. Tauchen Sie zum richtigen Zeitpunkt mit einem Plan und dem unerschütterlichen Willen auf, ihn durchzuführen. Wenn Sie schon nicht an das glauben, was Sie verkaufen, wie können Sie dann erwarten, dass es andere tun? Mangelndes Engagement schimmert genauso durch wie Rost bei einem Gebrauchtwagen und wird das Geschäft noch schneller zum Platzen bringen. Sie müssen überzeugend aussehen, fühlen und handeln. Deshalb ist die Motivation der einzige gemeinsame Nenner, den Sie bei sämtlichen Spitzenverkäufern finden und die Einstellung, die sich langfristig am schwersten aufrechterhalten lässt. Wenn Sie motiviert sind, können Sie davon ausgehen, dass Sie in 95 von 100 Fällen gewinnen. Tauchen Sie zum richtigen Zeitpunkt mit einem Plan und dem unerschütterlichen Willen auf, ihn durchzuführen und setzen Sie ihn in die Praxis um. Nichts ist tödlicher für eine geschäftliche oder jede Art der Beziehung als ein gebrochenes Versprechen. Wie Ihre Zusage auch immer lauten mag, Sie sollten sich unbedingt daran halten. Falls Sie jedoch feststellen, dass Sie es nicht können, wäre es besser, so großzügige Zugeständnisse, im Hinblick auf Preis, Service, Leistung, Lieferung zu machen, dass der Kunde froh darüber ist. Sobald Sie alle anderen Elemente berücksichtigt haben und sich an Ihr Versprechen halten oder besser noch mehr halten, als Sie versprochen haben, dann werden Sie die Konkurrenz in 100 von 100 Fällen schlagen. Diese Regeln wurden zusammengestellt und als richtig garantiert von Harvey, der nichts von böhmischen Dörfern hält, sondern auf Einfachheit schwört. Nun, Sie sehen, überdurchschnittlich erfolgreich zu sein, ist oft gar nicht so schwierig. Wichtig ist, dass Sie überhaupt einmal zum Handeln kommen. Und wenn Sie dann noch zielorientiert arbeiten und zuverlässig sind, dann öffnen sich Ihnen viele Türen. Das Hörbuch »Alles kein Problem« von Richard Carlson, ebenfalls ein Millionen-Bestseller, haben wir schon seit Jahren in unserem Programm. Es ist einer unserer Topseller aller Zeiten. Schauen wir einmal, was für einen Tipp Dr. Carlson für uns auf Lager hat. Mir ist bislang noch kein absoluter Perfektionist begegnet, dessen Leben von innerem Frieden erfüllt gewesen wäre. Das Bedürfnis nach Perfektion und der Wunsch nach innerer Ruhe schließen sich aus. Wenn wir darauf bestehen, dass etwas so oder so zu sein habe, nämlich besser, als es schon ist, dann kämpfen wir unweigerlich auf verlorenen Posten. Statt zufrieden und dankbar zu sein für das, was wir haben, sind wir fixiert auf das, was uns mangelhaft erscheint, sowie auf unser Bedürfnis, es in Ordnung zu bringen. Wenn wir aber nur noch wahrnehmen, was uns nicht gefällt, bedeutet das, dass wir unzufrieden sind. Ob es nun mit uns selbst zu tun hat, ein unaufgeräumter Schrank, ein Kratzer am Auto, eine unbefriedigende Leistung, ein paar Pfund zu viel um die Hüften oder mit der Unzulänglichkeit eines anderen, wie er aussieht, sich verhält, sein Leben führt, schon die Fixierung auf diese vermeintlichen Mängel entfernt uns von unserem Ziel, freundlich und sanftmütig zu sein. Diese Strategie hat nichts damit zu tun, dass Sie nicht Ihr Bestes geben sollen, sondern damit, sich zu sehr auf das zu konzentrieren, was Ihnen im Leben nicht passt, was falsch läuft. Sie sollen erkennen, dass es zwar immer eine bessere Lösung oder einen besseren Weg gibt, dies jedoch nicht bedeutet, dass Sie die Dinge, so wie sie sind, nicht genießen und würdigen können. Die Verbesserungsmöglichkeit besteht darin, sich dabei zu ertappen, wenn Sie einmal wieder darauf bestehen, dass etwas anders zu sein hat, als es momentan ist. Erinnern Sie sich sanft daran, dass das Leben, so wie es hier und jetzt ist, ganz in Ordnung ist. Denn ohne Ihre negative Einstellung wäre tatsächlich alles gut. Unterdrücken Sie Ihr Bedürfnis nach Perfektion in allen Lebensbereichen und Sie werden die Vollkommenheit im Leben selbst entdecken. Wie recht Dr. Carlson doch hat. Und wir im deutschen Sprachraum sind wahrscheinlich noch die größeren Perfektionisten als die Kalifornier. Es ist klar, Ihre Arbeit muss einwandfrei erledigt werden, insbesondere wenn Sie Buchhaltungsarbeiten ausführen oder ein Linienflugzeug fliegen. Aber wenn es um das Aufräumen des Kleiderschranks oder die Planung Ihres Urlaubs geht, sollten Sie es nicht übertreiben mit der Perfektion. Nun lassen wir uns von Erich J. Lejeune auf Erfolgskurs bringen. Mit einem Ausschnitt aus seinem Hörbuch Lebe ehrlich, werde reich. Wie finde ich zu großen Zielen? Die Antwort ist einfach. Indem Sie Ihren ganzen Mut zusammennehmen und sich von Ihren inneren Blockaden befreien. Halbherzige Menschen verfolgen die notwendige Lösung ihrer Probleme immer nur so weit, dass sie nicht gänzlich im Treibsand ihres Alltags versinken oder sich in den Schlingpflanzen ihrer Sorgen verheddern. Auf diese Art und Weise kommen Sie nie aus dem negativen Bereich. Sie setzen nie die Segel, um mit Rückenwind aufs offene Meer hinaus zu rauschen. Sie stochern von einer Untiefe zur nächsten. Sie kommen nie zur Ruhe, aber auch nie richtig in Fahrt. Sie finden nie zu einem eigenen Kurs. Ihr Leben wird von kleinlichen Zwängen und Beunruhigungen bestimmt. Und wie beim Rudern ist Ihr Blick immer rückwärts gewandt in Richtung Vergangenheit. Gehen Sie deshalb ab sofort mit einem ganz neuen Anspruch an Ihr Lebensziel heran. Ihre Frage an Ihr Leben muss sich an Ihre ganze Persönlichkeit und an Ihre gesamten Lebensumstände richten. Die entscheidende Frage lautet, wie gewinne ich die Kontrolle über mein Leben beruflich und privat? Wie bekomme ich Raum für den Blick auf mein Leben als Ganzes? Die Antwort kann nur lauten, ich hebe die innere Kündigung gegen mein eigenes Leben auf, die ich seit Jahren mit mir herumschleppe. Ich werfe sie über Bord und zwar jetzt, sofort. Ich suche mir ein Ziel wie Kolumbus, der auch nur eine vage Ahnung von diesem neuen Kontinent hatte, den er erreichen wollte. Mit dieser Denkweise werden Sie Ihr neues Lebensziel finden. Da können Sie ganz sicher sein. Dazu müssen Sie die Kraft und den Mut finden, die innere Kündigung aufzuheben. Deshalb heben Sie Ihre innere Kündigung auf. Jetzt. Sie werden mich fragen, wie erreiche ich mein Ziel? Kennen Sie die Überzeugungskraft der Begeisterung? Welche Rolle spielt sie in Ihrem Leben? Gehört Begeisterung zu Ihrer Grundstimmung? Oder leben Sie eher nach dem Motto, na ja, wird schon schief gehen, was soll ich denn da machen? Da hilft doch nichts. Wenn Letzteres der Fall sein sollte, dann müssen Sie sich eine Umgebung suchen, in der Sie sich mit Begeisterung aufladen können. Denn Ziele, auch kleinere Zwischenziele, erreicht man spielend, wenn man sich selbst und andere für diese Ziele begeistert. Aber, wie gesagt, mit Klugheit und Vorsicht. Ein Mensch, ein Unternehmen, ein Land kann auf Dauer nicht erfolgreich sein, wenn die Begeisterung fehlt. Begeistern Sie sich für Menschen in Ihrer nächsten Umgebung. Begeistern Sie sich für Kleinigkeiten, die Ihnen Ihre begeisterten Kinder schenken oder zeigen. Begeistern Sie sich für Ideen anderer Menschen. Begeistern Sie sich für Ihre eigene Bildung. Begeisterung ist eine unglaubliche Antriebskraft für unser tägliches Leben. Sie erinnern sich doch an die unglaubliche Kraft der Begeisterung, die Paul McCartney über alle seine unglaublichen Erfolge stellte. Diese Begeisterung müssen Sie aber auch in sich spüren, solange Sie vielleicht noch in ganz bescheidenen Verhältnissen leben. Groß angelegten Umfragen zufolge setzen sich nur 3% der Menschen Ziele. Wenn Sie auch zu dieser 3%-Elite gehören, werden Sie zwangsläufig überdurchschnittlich erfolgreich. Jetzt gibt es gleich noch etwas anderes zum Thema Ziele. Es ist ein Erfolgstipp aus dem Hörbuch Entscheide Dich Jetzt von Mirko Ribohl. Ein Tipp, der Ihnen helfen wird, Ihre Ziele besser zu erreichen. Auch wenn wir uns gerne hinter einer Fassade von scheinbarer Zufriedenheit verstecken, wünschen wir uns im Grunde unseres Herzens doch alle mehr oder weniger dasselbe. Nämlich Anerkennung. Vielleicht sogar Bewunderung. Auf jeden Fall Liebe, guten Sex, ein Leben im Wohlstand ohne enge finanzielle Beschränkungen. Eben Erfolg in allen Lebensbereichen. Und dieser Erfolg hängt nun mal sehr stark vom Geld ab. Geld ist nicht alles. Ich nehme aber Geld gern als Messlatte in der Umsetzung des geistigen Potenzials. Wenn Sie 1250 Euro im Monat verdienen, dann setzen Sie für 1250 Euro Ihr geistiges Potenzial um. Wenn Sie aber 12500 Euro verdienen wollen, dann müssen Sie entsprechend höher Ihre Messlatte legen und einen entsprechend größeren Teil Ihres geistigen Potenzials umsetzen. Sie müssen Ihre Grenzen erweitern. Ihre Anlagen fordern und fördern. Ihr Leistungsvermögen steigern. Sie müssen sich verpflichten, Ihren Traum zu leben. Ihn zu erarbeiten. Ein wesentliches Problem unseres Denkens, Fühlens und Handelns ist, dass wir oft in guten Ansätzen stecken bleiben. Dass der große Schwung nachlässt und wir wieder genau dastehen, wo wir mit den besten Absichten aufgebrochen sind. Der große Wille zum Aufbruch erstickt im Treibsand des Alltags. Er geht wie eine Wanderdüne über unsere Hoffnungen und Träume hinweg und begräbt sie unter sich, wenn wir nicht Pflöcke einschlagen und uns vehement dagegen wehren. Dieses Problem entsteht auch nach den anregendsten und motivierendsten Vorträgen, Powertagen und Seminaren. Deshalb war für mich die große Frage, wie kann ich meine Kursteilnehmer auf ihr Ziel hin verpflichten? Alle Teilnehmer entwickeln ja im Laufe eines Seminars große und hoffnungsvolle Zielvorstellungen für ihr Leben. Aber das allein genügt nicht, wie wir alle wissen. Positives Denken bringt uns nur weiter, wenn es zum positiven Handeln führt. Die Träume von den schönen Zielen allein bleiben eine Fata Morgana, eine Luftspiegelung, die uns in die Irre führt. Daraus gibt es nur einen Ausweg. Mein Schwerpunkt in den Seminaren ist, dass die Teilnehmer nicht nur in positiver Weise Ziele entwickeln, sondern dass sie sich verpflichten. Sich selbst zu verpflichten ist allerdings meist zu wenig. Deshalb empfiehlt es sich, sich eine Bezugsperson, Pate, Buddy etc. gegenüber zu verpflichten. Wir kennen alle den sogenannten inneren Schweinehund. Der ist sehr schwer zu überwinden. Der ist sehr träge. Der verbraucht sehr viel Energie. Um den inneren Schweinehund zu überwinden, bedarf es eines starken Willens. Was ist schlimmer als eine Verpflichtung, die wir nicht eingehalten haben? Das ist die Angst zu versagen, sich zu blamieren, die Angst, ausgelacht zu werden. In den Seminaren fordere ich deshalb die Teilnehmer auf, sich einen Partner zu suchen, dem sie erzählen, was sie jeweils erreichen wollen, wie sie erfolgreich sein wollen. Dann tauschen diese beiden Teilnehmer Name, Adresse und vor allem die Telefonnummer aus und verpflichten sich gegenseitig, in den kommenden 24 Stunden den ersten Schritt zu tun. Sobald jemand den ersten und den zweiten Schritt erledigt, wird er automatisch feststellen, dass sich in seinem Denken etwas verändert. Am besten suchen Sie sich gleich jetzt eine gute Freundin oder einen guten Freund, die oder der Ihnen die nötige Unterstützung gibt, damit Sie Ihr Vorhaben auch wirklich durchziehen. Und umgekehrt, Sie ihr oder ihm natürlich auch. Dies ist gleich ein guter Übergang zum Thema Braintrust. Sie hören nun eine Passage aus dem Hörbuch Multiplizieren Sie Ihren Erfolg mit dem Braintrust-Prinzip von Alex S. Rouge. Napoleon Hill definierte das Braintrust-Prinzip wie folgt. Die Zusammenfassung aller Kenntnisse und Kräfte zweier oder mehrerer Menschen, die harmonisch zusammenarbeiten, um gemeinsam ein klar umrissenes Ziel zu erreichen. Darin war ihm das Wort harmonisch sehr wichtig. Seiner Meinung nach ist vollkommene Harmonie zwischen den Mitgliedern die Voraussetzung für einen gut funktionierenden Braintrust. Napoleon Hill sagte in einem Seminar, das 1954 aufgezeichnet wurde, dass er Tausende von Menschen auf der ganzen Welt kenne, aufgrund seines Berufes. Er hatte ja ein sehr interessantes Leben und war unter anderem Berater von zwei Präsidenten der Vereinigten Staaten. Er könnte jedoch die Leute, mit denen er ein vollkommen harmonisches Verhältnis habe, an den Fingern seiner beiden Hände abzählen. Liebe Hörerin, lieber Hörer, Ihnen geht es wahrscheinlich auch so, nicht wahr? Ich stimme Napoleon Hill zu. Vollkommene Harmonie zwischen den Mitgliedern ist enorm wichtig, insbesondere im Power Braintrust. Bei einigen der anderen Braintrust-Varianten, die Sie noch ausführlich kennenlernen werden, genügt es vielleicht, wenn die Harmonie einigermaßen stimmt. Vollkommene Harmonie ist manchmal zu viel verlangt. Wenn Sie nämlich die Hürde zu hoch legen, dann werden Sie in Ihrem Leben vielleicht nur fünf oder zehn Braintrust-Partner haben und nicht dreißig oder fünfzig. Meine eigene Definition des Braintrusts lautet wie folgt. Wenn sich zwei oder mehrere Personen freiwillig zusammentun, um gemeinsam ihre Energien, Fähigkeiten, Talente, Verbindungen, ihre Kreativität und ihr Fachwissen sowie alle anderen Ressourcen auf ein bestimmtes Ziel auszurichten, dann entsteht ein Braintrust. Sofern die richtigen Braintrust-Partner zusammenfinden, Partner, die gut harmonieren und sich optimal ergänzen, erreichen Sie gemeinsam weit mehr als einzeln. Sie generieren zusammen innovative Ideen, unterstützen sich intensiv, motivieren einander zu Spitzenresultaten und stärken das gegenseitige Selbstvertrauen. Bei einem optimalen Braintrust kommt dann wirklich die Formel eins plus eins gleich elf zum Tragen. Bedenken Sie also, wie viel mehr Sie in Ihrem Leben erreichen könnten, sowohl beruflich als auch privat mit einem wirksamen Braintrust. Hierfür lohnt es sich, ein wenig Zeit und Energie zu investieren. Vollkommene Harmonie genügt jedoch nicht. Schauen Sie einmal unsere zwei Definitionen nochmals an. Was stellen Sie fest? Das Wort Ziel kommt in beiden Definitionen vor. Genau. Es ist entscheidend, dass alle Mitglieder des Braintrusts das gleiche Ziel verfolgen und dadurch sehr motiviert sind. Alle ziehen dann mit voller Kraft in die gleiche Richtung. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt, der sehr stark mit der Zielsetzung des Braintrusts zusammenhängt. Die Compensation, wie Napoleon Hill dies auf Englisch nennt. Also, was die Mitglieder des Braintrusts für einen Nutzen aus dem Braintrust ziehen. Schließlich macht niemand in dieser Welt etwas umsonst. Je nach Braintrust-Ziel und Braintrust-Art ist dies natürlich verschieden. Die Compensation kann sein gegenseitige Motivation, sich gegenseitig helfen, Ziele zu erreichen, eine unterstützende Atmosphäre, Anerkennung, Freundschaft, Prestige, Erfolgserlebnisse, Selbstbestätigung oder aber eine Gewinnbeteiligung oder Geld in Form von einem Honorar oder ähnliches. Ich hoffe, Sie nutzen das Braintrust-Prinzip auch schon, um damit Ihre Ziele schneller zu erreichen. Haben Sie schon einmal vom Lola-Prinzip gehört? So lautet der Titel des Hörbuches von René Egli, das ebenfalls einer unserer Topseller aller Zeiten ist. Hören wir einmal rein. Ich habe gesagt, loslassen aktiviert die universelle Intelligenz, die in jedem Menschen vorhanden ist. Wenn ich nun ein bestimmtes Ziel soll erreichen will und mich dabei auf einen bestimmten Weg konzentriere, dann begrenze ich mich total. Das ist reines Kopfdenken und es blockiert das Herzdenken, die universelle Intelligenz. Mit unserem Kopf sehen wir vielleicht einen, zwei oder drei mögliche Wege, die zum Ziel führen können. Wer sagt Ihnen aber, dass es nicht unzählige andere Wege zum Ziel gibt? Viele Unternehmen blockieren das Potenzial ihrer Mitarbeiter dramatisch, indem sie Planungsstäbe einsetzen, welche genaue Strategien ausarbeiten, die zum Ziel führen sollen. Solche Unternehmen können wohl mittelmäßig erfolgreich sein, sie haben aber keine Chance gegen ein Unternehmen, das es versteht, die Intelligenz ihrer Mitarbeiter zu aktivieren. Offenbar stellt die Einführung der Honda Motorräder in den USA ein solches Beispiel dar. Laut einer Untersuchung von Professor Mintzberg wurde die Einführung der Honda Motorräder ein durchschlagender Erfolg. Dank fehlender Strategie. Einem klassischen Manager stehen dabei natürlich die Haare zu Berge, aber ein klassischer Manager hat selten überragende Erfolge aufzuweisen. Die Begründung für den Honda Erfolg ist klar und einfach. Bestimmt hatten die Unternehmungsleitung und alle Mitarbeiter ein klares Ziel vor Augen. Die Unternehmungsleitung hatte aber nicht den Fehler gemacht, das Potenzial der Mitarbeiter auf einen bestimmten Weg, auf eine bestimmte Strategie zu begrenzen. Somit konnte jeder Mitarbeiter sein Potenzial entfalten. Achtung, man soll das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Ich predige hier nicht die Abschaffung aller Strategien. Ich stelle mir Strategien als Leitplanken vor, innerhalb welcher eine möglichst große Freiheit herrschen soll, damit sich die Mitarbeiter entfalten können. Manchmal neigen wir schon dazu, verbissen auf einem ganz bestimmten Weg auf ein Ziel hinzuarbeiten. Aber es führen schließlich viele Wege nach Rom. Und vielleicht gelangen sie ja mit Plan B oder Plan C mit geringerem Aufwand ans Ziel. Wie gut können sie mit Veränderungen umgehen? Manfred Stähle sagt, dass alle Veränderungen vier Phasen durchlaufen. Daher heißt auch sein Hörbuch die Vier Phasen für erfolgreiche Veränderungen. In jedem Veränderungsprozess durchlaufen wir als Betroffene die folgenden vier Phasen. Erstens Überraschung bis Unsicherheit Erfährt der Betroffene von der bevorstehenden Veränderung, prägen Überraschung und Unsicherheit sein Verhalten. Zweitens Festhalten Der Betroffene versucht, den Ist-Zustand zu bewahren. Drittens Loslassen In dieser Situation verhält er sich vorwiegend passiv. Er sagt Ja zum Neuen, ist aber noch nicht aktiv. Viertens Wechsel Jetzt gestaltet der Betroffene den Wandel und arbeitet aktiv an den neuen Strukturen. Auch wenn die Veränderung gut vorbereitet ist, kommt es bei der Ankündigung bei der Phase 1 zumindest zu einer kleinen Überraschung. Sie können das einfach selbst ausprobieren. Falten Sie jetzt Ihre Hände, falls Sie nicht gerade Auto fahren. Betrachten Sie Ihre gefalteten Hände. Ist Ihr linker Daumen oben oder unten? Nachdem Sie jetzt genau Ihren Ist-Zustand realisiert haben, nehmen Sie eine kleine Veränderung vor. Öffnen Sie Ihre Hände und falten Sie diese erneut. War vorher zum Beispiel Ihr linker Daumen oben, ist er jetzt unten. Alle Ihre fünf Finger sind jetzt relativ zu den anderen in einer verschiedenen Position. Wie fühlt sich das an? Ein bisschen ungewohnt? Sie sehen, selbst bei einer so kleinen Veränderung kommt zuerst ein Gefühl der Unsicherheit. Beobachten Sie einmal Veränderungen in Ihrem Umfeld und achten Sie auf die vier Phasen. Als nächstes kommt ein Auszug aus Fisch, ein ungewöhnliches Motivationshörbuch von Stephen C. London, Harry Paul und John Christensen. Dies war im Jahr 2003 das viert meistverkaufte Businessbuch des Jahres in Amerika. Mary Jane Ramirez, Abteilungsleiterin und Hauptperson dieses Hörbuches, sagte in einer Sitzung, nachdem alle Mitarbeiter ihrer Abteilung den Fischmarkt von Seattle besucht hatten, um die dortigen Methoden vor Ort zu studieren, Am Montag werden wir damit beginnen, die Fischphilosophie in unserem Stock umzusetzen. Bis dahin sollten Sie alle über Ihre persönlichen Eindrücke auf dem Fischmarkt nachdenken und alle Fragen oder Ideen, die Ihnen in den Kopf kommen, aufschreiben. Wenn wir uns wieder treffen, besprechen wir, wie wir weiter vorgehen. Lassen Sie sich einfach anregen von dem, was Sie auf dem Markt gesehen haben. Der Witzbold von vorhin meldete sich wieder zu Wort. Wenn wir schon nicht mit den Kaufaufträgen werfen können, dürfen wir dann wenigstens die Papierschnitzel aus dem Reiswolf dazu verwenden? Gelächter füllte den Raum. Ein schönes Gefühl, dachte sie. Mary Jane verteilte noch Kopien des Konzepts, das sie auf dem Markt erarbeitet hatte und gab kurze Erläuterungen zu den einzelnen Punkten. Sie ermutigte ihre Mitarbeiter, sich über das Wochenende ebenfalls Gedanken zu machen und ihre Ideen aufzuschreiben. Als die zweite Sitzung zu Ende war, ging Mary Jane wieder in ihr Büro und setzte sich erschöpft an ihren Schreibtisch. Nun habe ich ihnen für das Wochenende etwas zum Nachdenken gegeben. Aber werden sie auch nachdenken? Sie ahnte nicht, dass ein halbes Dutzend ihrer Mitarbeiter das Wochenende dazu nutzen würde, den Markt noch einmal zu besuchen, einige von ihnen sogar mit ihrer Familie oder mit Freunden. Und hier ist nun Mary Janes Konzept. Wähle deine Einstellung Die Fischverkäufer wissen, dass sie sich jeden Tag bewusst für eine Arbeitseinstellung entscheiden. Einer von ihnen hat es so ausgedrückt. Wenn du machst, was du machst, was bist du in diesem Moment? Bist du ungeduldig und gelangweilt oder bist du weltberühmt? Als jemand, der weltberühmt ist, wirst du ganz anders auftreten. Was wollen wir sein, wenn wir arbeiten? Spiele Den Fischhändlern macht die Arbeit Spaß und Spaß bringt Energie. Wie könnten wir mehr Spaß haben und Energie tanken? Bereite anderen Freude Die Leute vom Fischmarkt unterhalten sich prächtig und lassen die Kunden an ihrem Spaß teilhaben. Sie beziehen die Kunden auf eine Weise mit ein, die für positive Energie und angenehme Stimmung sorgt. Wer sind unsere Kunden und wie können wir ihnen einen schönen Tag bereiten? Wie könnten wir uns gegenseitig einen schönen Tag bereiten? Sei präsent! Die Fischverkäufer sind mit ganzem Herzen und mit ihrer ganzen Aufmerksamkeit bei der Arbeit. Was können wir von ihnen lernen, können, wenn wir füreinander und für unsere Kunden da sein wollen? Bitte machen Sie sich dazu bis Montag Gedanken. Eigentlich sind es vier recht einfache Regeln. Das Schwierige dabei ist die konsequente Umsetzung in der Firma. Packen Sie es an! Machen Sie regelmäßig Krafttraining? Oder glauben Sie, dass so etwas nichts für Sie ist? Der folgende Ausschnitt aus dem Hörbuch Body for Life in zwölf Wochen zur Topform in jeder Hinsicht wird für Sie auf jeden Fall interessant sein. Dies ist wieder ein Millionen-Bestseller aus Amerika. Behauptung Wenn Frauen mit Gewichten trainieren, bauen sie unschöne Muskelberge auf. Fakt Widerstandstraining ist ideal für eine straffe, schlanke Figur. Im Laufe der letzten zehn Jahre hat sich die Anzahl der Frauen in den deutschen Fitnessstudios nahezu verdreifacht. Unter den Teilnehmern des Body for Life Wettbewerbs 1999 waren ungefähr die Hälfte Frauen. Interessant ist, wie sich die Teilnehmerzahlen geändert haben. Beim ersten Body for Life Wettbewerb in den USA waren nur fünf Prozent Frauen unter den Teilnehmern. Beim zweiten dann schon 20 und jetzt nahezu 50. Das Faszinierende daran ist, wie stark sie sich verwandeln. Manche Frauen haben ihre Figur vollkommen verändern können. Das liegt zum Teil daran, dass Fett fünfmal so viel Volumen hat wie Muskeln. Wenn man also fünf Kilo Fett an den Oberschenkeln durch fünf Kilo Muskeln ersetzt, sehen die Beine wesentlich schlanke aus. Eine gute Figur zeichnet sich durch straffe Formen aus, aber Fett ist nun einmal wabbelig. Wer straff und schlank sein möchte, muss die Muskeln kräftigen. Zudem sorgen Muskeln dafür, dass man sich fit und gesund fühlt. Fazit Die einzige gesunde Methode, körperfettlos zu werden, besteht darin, es durch Muskeln zu ersetzen. Behauptung Handteltraining ist nur für junge Leute geeignet. Fakt Männer und Frauen aller Altersgruppen sollten mit Gewichten trainieren. Sobald man das 25. Lebensjahr überschritten hat, fängt der Körper an, Muskelmasse abzubauen. Gleichzeitig nimmt der Körperfettgehalt erheblich zu. Zwischen Anfang 30 und Mitte 60 verdoppelt sich beim Mann der Körperfettgehalt von 18 auf 36 Prozent. Bei der Frau sind die Zahlen noch erschreckender, da sie im Alter von 60 im Durchschnitt 44 Prozent Körperfettgehalt hat. Das Schlimme daran ist, dass man gleichzeitig Muskeln sowie Kraft verliert und Fett hinzugewinnt. Infolgedessen wird man schwächer, schneller krank, verletzungsanfälliger und hat weniger Energie. Aber all dies kann vermieden werden. Neuere Untersuchungen beweisen, dass Widerstandstraining die Lebensqualität in den besten Jahren, wenn man die Früchte seiner harten Arbeit genießen will, erheblich steigern kann. So zeigt eine Studie der amerikanischen Tafts-Universität, dass bei Männern zwischen 60 und 72 Jahren Kraft und Flexibilität durch ein Training dreimal in der Woche um 200 Prozent gesteigert werden konnte. Damit ist auch gleich das Vorurteil beseitigt worden, das Widerstandstraining unbeweglich macht. Zum Glück erkennt die Generation der Babyboomer, die in den 50er und frühen 60er Jahren geboren wurde, die Vorteile des Widerstandstraining. Umfragen zeigen immer wieder, dass Menschen über 50 mehr Interesse am Widerstandstraining zeigen. Der große Vorteil des Widerstandstraining liegt darin, dass man keine bestimmte sportliche Begabung benötigt, um damit anzufangen. Auch eine besonders hohe Belastbarkeit spielt keine Rolle. Und ganz gleich, auf welchem Fitnessstand Sie sich befinden, Sie sollten das Training mit Gewichten ausprobieren. Jeder, der gesund ist, kann auch heute mit dem Widerstandstraining im Sportstudio oder zu Hause beginnen. Nun, wie Sie soeben gehört haben, spricht doch sehr vieles für regelmäßiges Krafttraining. Selbst wenn es nur zweimal in der Woche 20 Minuten lang intensives Krafttraining sind, haben Sie schon etwas sehr Wertvolles für Ihren Körper getan. So, jetzt kommen wir wieder zu einem ganz anderen Thema. Die folgende Passage stammt aus dem Hörbuch »The E-Myth Revisited« – »Warum die meisten kleinen und mittleren Unternehmen nicht funktionieren und was sie dagegen tun können« von Michael Gerber. Das ist ein Klassiker, den in Amerika so gut wie jeder Unternehmer und Manager gelesen oder angehört hat. Jede Firma, die weiter besteht, muss die Phase der Adoleszenz durchlaufen. Jeder Kleinunternehmer, der überlebt, sucht Hilfe. Nach welcher Art von Hilfe suchen Sie als überlasteter Kleinunternehmer? Die Antwort ist genauso einfach, wie sie unvermeidlich ist. Der Hilfe einer Fachkraft. Nach jemandem mit Erfahrung. Nach jemandem mit Erfahrung in Ihrer Branche. Nach jemandem, der weiß, wie man die Facharbeit erledigt, die Ihnen übrig bleibt. Normalerweise die Arbeit, die Sie nicht tun wollen. Der verkaufsorientierte Besitzer sucht nach einer Person für die Produktion. Der produktionsorientierte Besitzer sucht nach einer Person für den Verkauf. Fast jeder versucht, jemanden für die Buchhaltung zu finden. Denn wenn kleine Firmenbesitzer etwas hassen und daher vernachlässigen, ist es die Buchhaltung. So stellen Sie also Ihren ersten Mitarbeiter ein. Harry. Ein 68-jähriger Buchhalter, der diese Tätigkeit seit seinem 12. Lebensjahr ausübt. Harry kennt die Bücher. Er kann die Buchhaltung in acht Sprachen führen. Was aber noch wichtiger ist, Harry hat 22 Jahre Erfahrung in der Buchhaltung bei einer Firma genau wie der Ihren. Es gibt nichts, was Harry über ihre Art von Firma nicht weiß. Und jetzt gehört er zu ihnen. Die Welt sieht plötzlich wieder freundlicher aus. Ein wichtiger Ball wird jetzt wieder aufgefangen. Aber zur Abwechslung von einem anderen Jongleur. Es ist Montagmorgen. Harry kommt. Sie begrüßen ihn freundlich und, um ganz ehrlich zu sein, nervös. Das ganze Wochenende haben sie damit verbracht, sich auf diesen Moment vorzubereiten. Sie haben ihm großzügig Platz gemacht. Sie haben die Bücher und einen Stapel ungeöffneter Briefe auf seinem Schreibtisch arrangiert. Sie haben eine Kaffeetasse gekauft, auf der Harry steht. Sie haben sogar daran gedacht, ein Polster auf seinen Schreibtischsessel zu legen. Er wird viel Zeit sitzend verbringen müssen. Es ist ein entscheidender Moment in jeder Firma, wenn der Besitzer für die Arbeit, von der er nichts versteht oder die er nicht tun will, seinen allerersten Mitarbeiter einstellt. In ihrer Firma heißt diese Person Harry. Und dieser Montagmorgen ist der entscheidende Zeitpunkt. Denken Sie darüber nach. Sie haben einen großen Schritt gewagt. Ab nun sind die Bücher auf Harrys Schreibtisch statt auf Ehren. Was noch viel wichtiger ist, Harry wird die einzige Person außer ihnen, die die ganze Wahrheit über sie und ihre Firma weiß. Harry wird nur einen Blick in die Bücher werfen und Bescheid wissen. Harry, ihr allererster und wichtigster Angestellter, wird Teilhabe eines Geheimnisses, das sie bisher vor der ganzen Welt verborgen gehalten haben. Die Tatsache, dass sie nicht wissen, was sie tun. Die Frage ist, was er dagegen tun wird. Wird er lachen? Wird er weinen? Wird er wieder gehen? Oder wird er sich an die Arbeit machen? Und wenn Harry nicht die Bücher führt, wer wird es dann machen? Aber plötzlich hören sie das ruhige, systematische Klappern der Rechnertasten von Harrys Schreibtisch. Er arbeitet. Harry wird bleiben. Sie können ihr Glück nicht fassen. Sie werden die Buchhaltung nicht mehr machen müssen. Schlagartig verstehen sie plötzlich wie nie zuvor, was es heißt, eine Firma zu haben. Ich muss das nicht mehr machen. Endlich sind sie frei. Der Manager in ihnen erwacht. Und die Fachkraft zieht sich für einige Zeit zurück. Ihre Sorgen haben ein Ende. Das erledigt ab jetzt jemand anderer. Gleichzeitig aber, da ihnen das Manager-Dasein noch ungewohnt ist, nimmt ihre neu gewonnene Freiheit eine nur allzu übliche Form an. Man nennt sie Management durch Abdankung statt durch Delegation. Kurz gesagt, wie jede Besitzer eines kleinen Unternehmens vor ihnen, händigen sie Harry die Bücher aus und laufen davon. Den Fehler Management durch Abdankung machen doch ganz schön viele Unternehmer und Manager, nicht wahr? Bei 5% der Mitarbeiter mag dies vielleicht funktionieren. Aber bei den restlichen 95% führt es zu einem starken Produktivitätsverlust und erhöht zudem das Fehlerpotenzial beträchtlich. Wenn wir uns dieser Problematik bewusst werden, sind wir schon einen großen Schritt weiter und können die nötigen Management-Systeme einführen. Der folgende Tipp, den wir dem Hörbuch »Noch erfolgreicher als Unternehmer« von Alex S. Rouge entnommen haben, knüpft gleich an den vorherigen Tipp an. Ich gebe meinen Mitarbeitern viel Freiheiten. Dies ist gut für mich, weil ich dann mehr Zeit habe für die Dinge, welche die Firma am besten weiterbringen. Und für die Mitarbeiter ist es gut, weil sie sich entfalten können und folglich auch viel mehr Spaß an der Arbeit haben. Als ich zum ersten Mal Mitarbeiter hatte, ließ ich ihnen von Anfang an viele Freiheiten nach dem sogenannten Laissez-faire-Management-Stil, was jedoch völlig falsch war. Mit anderen Worten, ich stellte Leute an, die mehr oder weniger die nötige Ausbildung hatten und die mir sympathisch waren. Dann zeigte ich ihnen, wo alles war und wie die Dinge gemacht wurden und ließ sie anschließend machen. Ich dachte mir, dass es ja gute Leute seien und dass sie sich mit der nötigen Selbstständigkeit entfalten würden. Falsch! Genau das ist der Fehler, den viele Unternehmer machen. Diese Theorie funktioniert vielleicht bei einem Prozent der Menschheit. Da ich damals sehr beschäftigt war mit Marketing, Verkauf, Produktion, EDV und so weiter, merkte ich nicht einmal, dass die Administration so gut wie gar nicht funktionierte. Und bis ich es merkte, war das Chaos so groß, dass es Monate oder eigentlich fast Jahre dauerte, bis es entwirrt war. Heute lasse ich meinen Mitarbeitern zwar weiterhin viele Freiheiten, aber bevor ich dies tue, schaffe ich die nötigen Grundvoraussetzungen. Diese sind 1. Es besteht ein Mitarbeiterhandbuch, in dem die einzelnen Arbeitsabläufe übersichtlich und in leicht verständlicher Sprache beschrieben werden. Darüber haben wir ja schon im Teil Organisation und Prozessoptimierung gesprochen. 2. Ich stelle nicht nur sympathische Leute ein, sondern Leute, die ihrer Aufgabe auch wirklich gewachsen sind. Hierbei sind Intelligenz, gesunder Menschenverstand und logisches Denken sehr wichtig. Zudem ist für die meisten Stellen, die ich ausschreibe, eine kaufmännische Grundausbildung Voraussetzung. Und was ich auch sehr schätze, ist unternehmerisches Denken. Aber das kann ich natürlich nicht von jedem erwarten. 3. Organisatorische Maßnahmen sind unverzichtbar. 4. Eine Zeiterfassungssoftware, ein Tagesplanungsblatt je Mitarbeiter, mehr oder weniger einheitlich beschriftete Ablagefächer, klare Aufgabenzuteilung mit entsprechender Stellvertretung, eine Morgensitzung jeden Tag und so weiter. Früher dachte ich auch, dass zu genaue Stellenbeschreibungen einen nur einschränken. Inzwischen habe ich jedoch gemerkt, dass es sehr wohl Sinn macht, wenn klar definiert wird, wer wofür eingestellt wird. Man kann nachher immer noch die Zuständigkeiten anders verteilen, aber alles sollte schriftlich in einer detaillierten Stellenbeschreibung festgehalten werden. Freiheit unter Einbezug dieser organisatorischen Grundlagen funktioniert. Wenn nämlich der Unternehmer ständig Sklaventreiber spielen muss, ist es für die Mitarbeiter auch nicht lustig und der Chef hat keine Zeit für die Weiterentwicklung der Firma. Ich denke, dass diese Maßnahmen Ihnen viel bringen werden. Aber, wie gesagt, es sind nur Denkanstöße. Es könnte ja sein, dass es in Ihrer spezifischen Branche nur mit Sklaventreiberei funktioniert. Macht es Spaß, in Ihrer Firma zu arbeiten? Haben Ihre Mitarbeiter viel Freiheiten und ist Ihre Firma gleichzeitig mit guten Management-Systemen ausgestattet? Denken Sie einmal intensiv darüber nach. Sie fragen sich vielleicht auch, warum Mitarbeiter nicht tun, was sie tun sollten. Es gibt ein Hörbuch, das genau diesen Titel trägt. Einen Grund, warum Mitarbeiter nicht tun, was sie tun sollten, erfahren Sie jetzt. Ist es Ihnen auch schon passiert? Sie haben einen Ihrer Mitarbeiter auf seine mangelhafte Leistung hingewiesen und seine Reaktion war nur ungläubiges Staunen? Oder dass Sie ihn auf einen Fehler aufmerksam gemacht haben und er entgegnete, ich dachte, das sei so in Ordnung? Wenn ja, haben Sie es mit einem sehr verbreiteten Problem zu tun. Mitarbeiter leisten schlechte Arbeit und denken dabei, ihre Arbeit sei gut. Es mag widersprüchlich klingen, doch im Grunde genommen handelt es sich hierbei um ein Feedback-Problem. Die Mitarbeiter wissen nicht, dass sie schlechte Arbeit leisten. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter fragen, woran diese eigentlich merken, dass sie gute Arbeit geleistet haben, erhalten Sie darauf Antworten wie folgende. Solange Sie nichts von mir wollen, weiß ich, dass ich alles richtig mache. Wir machen anscheinend alles richtig, denn es gab schon länger keine Vorträge mehr über Qualitätsverbesserungen. Ich muss gute Arbeit geleistet haben, denn Sie weisen mich normalerweise darauf hin, wenn sich zu viele Fehler in meiner Arbeit eingeschlichen haben. Ich habe es im Gefühl, dass ich gute Arbeit leiste. Wenn Sie mir die Berichte nicht wieder zurückgeben, weiß ich, dass meine Arbeit in Ordnung war. Solange Sie mich in den Besprechungen nicht böse anfunkeln, weiß ich, dass Sie mit mir zufrieden sind. Wenn mir die Arbeit Spaß macht, erledige ich sie auch gut. Es liegt wohl auf der Hand, dass Mitarbeiter, die solche Antworten geben, kaum Feedback über ihre Arbeit erhalten. Treffen die gerade genannten Antworten auch auf Ihr Team zu, ist die Leistung nicht so gut, wie sie sein könnte. In den meisten Management-Büchern wird ein Aspekt völlig unterschlagen. Feedback wirkt sich erheblich auf die Leistung des Einzelnen aus. Alle Psychologen sind sich darüber einig, dass Feedback eine der wichtigsten Voraussetzungen ist, damit bei einer beliebigen Handlung kontinuierlich gute Leistung erbracht werden kann. Feedback besteht aus einzelnen oder mehreren Signalen, die man sehen, hören, riechen oder fühlen kann. Sie geben Rückmeldung über die eigenen Handlungen. Ohne Feedback ist die einschätzenden Handlungsweise sehr schwierig. Und wenn Mitarbeiter die Arbeitsleistung als gut einschätzen, haben sie keine Veranlassung, ihr Verhalten zu ändern. Manager wissen aus eigener Erfahrung, wie wichtig Feedback ist. Sie selbst wollen stets genauestens darüber unterrichtet sein, wie es in ihrer Abteilung bezüglich Zielsetzung, Budget und Leistungskennzahlen aussieht und erstellen monatliche, wöchentliche oder sogar tägliche Leistungsprotokolle. Bedauerlicherweise geben Führungskräfte diese Informationen erst Wochen oder Monate später als Feedback an ihre Mitarbeiter weiter oder warten damit, bis ein Problem auftritt. Oft ist es dann bereits zu spät, etwas gegen den Leistungsabfall zu unternehmen. Wichtig! Es hat keinerlei Auswirkung auf die Leistung eines Mitarbeiters, wenn sie ihm Feedback für eine gute oder schlechte Arbeit geben, die er am Dienstag vor sechs Wochen erledigt hat. Ein derartiges Feedback mag zwar einen sehr konkreten Bezug haben, kommt jedoch viel zu spät. Wenn Sie selbst auch Mitarbeiter führen, dann probieren Sie es heute oder morgen gleich einmal aus. Die Zeit vergeht wie im Flug bei so vielen interessanten und lehrreichen Tipps, nicht wahr? Wir hoffen, Sie haben die letzten rund 70 Minuten ebenfalls genossen und konnten einen großen Nutzen daraus ziehen. Die Hörbücher, welchen die hier vorgespielten Passagen entnommen wurden, sind übrigens auch in voller Länge erhältlich. Sie können sie bei Ihrem Händler oder direkt beim Rouge Verlag erwerben. Auf der Rückseite des Einlegeblattes der Box finden Sie die Liste der Hörbücher und deren ISBN-Nummern. Weitere Informationen zu den einzelnen Hörbuchinhalten finden Sie auch im Internet unter www.ruche.ch oder verlangen Sie das Erfolgshörbuchverzeichnis des Rouge Verlages. Unsere Anschrift finden Sie auf dem Tonträger und auf dem Umschlag. Sie haben sicherlich gespürt, dass wir unsere Hörbücher mit viel Passion, Herzblut und Liebe zum Detail produzieren. Schließlich interessieren uns diese Themen ebenfalls brennend und wir verspüren große Freude, wenn wir diese ausgezeichneten Inhalte in einer hohen Qualität in Hörbuchform umsetzen. Haben Sie sich schon die Gewohnheit angeeignet, sich regelmäßig mit Hörbüchern weiterzubilden? Sie erhalten durch Hörbücher nicht nur wertvolles Wissen, sondern auch Ideen, Denkanstöße und Motivation. Und da Sie ja die Zeit im Auto, in der Bahn, im Flugzeug oder beim Fitnesstraining nutzen können, um sich ganz nebenbei Hörbücher anzuhören, ist dies eine sehr zeiteffiziente Art der Wissensaneignung. Zur Veranschaulichung. Wenn Sie sich pro Tag eine halbe Stunde lang auf dem Weg zur Arbeit Erfolgshörbücher anhören, so kommen Sie bei 200 Arbeitstagen bereits auf 100 Stunden Hörgenuss. Damit haben Sie einen riesigen Wissensvorsprung gegenüber jenen 97% anderer Menschen, die dies nicht tun. Es gibt immer mehr Kunden, die sich gleich unsere gesamte Erfolgsaudiothek zugelegt haben, entweder für die Firmenbibliothek oder privat für das Wohnzimmer. Dies sieht nicht nur gut aus, sondern spornt Sie an, sich regelmäßig Hörbücher anzuhören. Zudem hat dann auch Ihr Umfeld, also entweder Ihre Familie oder Ihre Mitarbeiter, Zugriff auf diese Audiothek. Die beste Investition, die man machen kann, ist immer die in sich selbst oder in seine Mitarbeiter. Das Wissen, das Sie besitzen, bringt Ihnen die höchsten Zinsen. Hier nun unser vorletzter Tipp. Halten Sie bei Ihren schriftlichen Jahreszielen fest, wie viele Erfolgshörbücher Sie sich pro Jahr anhören werden. Auf diese Weise wird dies konkreter für Sie. Gut wäre schon, wenn Sie sich mindestens sechs Hörbücher pro Jahr anhören. Der Idealfall wären 52 Hörbücher pro Jahr. Und jetzt noch unser letzter Tipp. Die Hörbücher, die Ihnen besonders gut gefallen und aus denen Sie den größten Lernnutzen ziehen, sollten Sie entsprechend kennzeichnen mit einem Kreuz oder einem Aufkleber. Und dann sollten Sie sich diese Hörbücher öfters anhören im Laufe der nächsten Jahre. Auf diese Weise können Sie das Wissen vertiefen und auffrischen. Zudem entdecken Sie bei jedem neuen Anhören weitere wertvolle Tipps und Anregungen, die Ihnen vorher nicht aufgefallen waren. Jetzt noch eine Bitte. Empfehlen Sie uns an Ihre Freunde, Mitarbeiter und Verwandten weiter. Für jeden vermittelten Neukunden, den wir eindeutig auf Sie zurückführen können, erhalten Sie von uns automatisch einen Vermittlungsgutschein. Es hat mich gefreut, mit Ihnen diese rund 70 Minuten zu verbringen. Im Namen des Rouge Verlages wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Umsetzen des Gehörten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war das Audio 17 Erfolgsimpulse aus Top-Hörbüchern. Wenn Sie neu sind in der Rouge-Welt, wissen Sie jetzt vielleicht, warum so viele unserer Kunden Raving-Fans sind. Denn hier bekommt man Qualität. Jeder Schauspieler wurde sorgfältig ausgesucht und die Regie wurde sehr gewissenhaft geführt, damit eben ein Hörbuch lebt. Es sind Schauspieler. Die Texte werden gestaltet. Und somit ist der Hörgenuss hoch. Vielleicht haben Sie ja Lust bekommen, das eine oder andere Hörbuch zu kaufen. Sie finden diese Hörbücher im Rouge-Shop auf ruschverlag.com. Es gibt aber drei Hörbücher, die wir nicht mehr verkaufen dürfen, aber wir dürfen sie verschenken. Es sind die folgenden drei Titel. «Fisch, ein ungewöhnliches Mutationshörbuch». Der zweite Titel «Body for life». Und der dritte Titel «Warum Mitarbeiter nicht tun, was sie tun sollten». Sie bekommen sie kostenlos ab einem bestimmten Bestellbetrag im Rouge-Shop. Während des Checkouts können Sie dann das entsprechende Geschenk anklicken. Unter www.rush.ch-gratisgeschenke finden Sie die ganze Liste der Geschenke, die es gibt. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat Ihnen Spass gemacht. Und ich hoffe, Sie konnten auch einiges lernen. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie diese Podcast-Reihe weiterempfehlen würden. Geben Sie einfach den Link www.mim-podcast.com an Ihre besten Freunde und Geschäftspartner. Am einfachsten geht das mit unserem Empfehlungsformular, das Sie ebenfalls auf www.mim-podcast.com finden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und wir hören uns wieder spätestens nächsten Mittwoch in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.